Warum sollte ich mein gutes Geld für einen Basiskurs Neurografik ausgeben, wenn es im Internet so viele kostenlose Angebote gibt, wo ich bezeichnen kann? Ich kann stundenlang Neurografik zeichnen. Warum soll ich dafür Geld ausgeben? Ja, das fragst du dich vielleicht und auf der einen Seite hast du auch recht. Es gibt ganz viele kostenlose Angebote. Auch ich bin damals so zur Neurografik dazugekommen, weil man muss ja erst mal so ein bisschen reinschnuppern. Man muss erst mal so spüren, ob Neurografik etwas ist für einen und dann kann man sich überlegen, weiterzugehen. Es gibt viele Gründe, warum du trotz all dieser wunderbaren kostenlosen Angebote einen Basiskurs machen solltest. Ich sage dir hier einen einzigen und ich finde, das ist der Allerwichtigste. Die anderen kannst du gerne bei mir im Blog nachlesen. Ich habe einen Blogartikel auch darüber geschrieben. Aber der für mich wichtigste Grund ist, dass du in einem Basiskurs zwei mächtige Modelle an die Hand bekommst, mit denen du zum ersten Mal deine eigenen Themen bearbeiten kannst. Also nicht so allgemein gehaltene Themen wie eben in diesen kostenlosen Angeboten, was weiß ich, über Frieden oder Zufriedenheit oder Achtsamkeit oder was auch immer, was ja auch sehr wichtig ist und was eine wunderbare Möglichkeit ist, ja auch mit sich so ein bisschen in Frieden zu kommen. Aber mit all diesen kostenlosen Angeboten kannst du nicht deine wirklichen Themen bearbeiten. Das kannst du erst mit den Modellen im Basiskurs. Das ist der große Unterschied und deswegen lade ich dich ein, komm zu mir in den Basiskurs. Du kannst jederzeit anfangen und es gibt immer wieder Live-Basiskurse, wo du dann eben auch mit mir zusammen das alles erarbeiten kannst. Ich freue mich auf dich und bis dann. Bye, bye.